In der Liebe sind alle gleich. Nur was ist Liebe? Liebe, oh. Jetzt muss ich überlegen und noch nachdenken. Liebe ist halt so ein Gefühl von Nähe und Vertrauen. Wir begleiten Menschen mit Handicap bei ihrer Suche nach der Liebe, ihre Niederlagen und Glücksmomenten bei ihren ersten Dates. Ich könnte mir vorstellen, ich würde jetzt am Moment noch nicht ins Haus fallen, dass wir eventuell heiraten. Ich bin der Jan, bin 22 Jahre alt. Und hier, da kam die Idee, Jan, du brauchst eine Freundin. An eine Freundin ist tagsüber allerdings kaum zu denken. Im hessischen Dillenburg arbeitet Jan für den Verein Lebenshilfe in der Gärtnerei. Die Auftragslage ist bestens. Jan liegt die körperliche Arbeit. Aus damit. Jetzt geht sie richtig ab. Außer der Chefin haben alle ein Handicap. Weg da. Die Arbeit hier geht Hand in Hand. Weg da. So, komm. Eigentlich ist der Jan hier ja ein taffer Kern. Aber sein Freund Maurice kennt auch seine weichen Seiten. Ab und zu reden wir mal über Mädels. Und ja, was soll man da sagen, dass der auch gern mal eine Freundin hätte, gell? Ja. Wie weiß man denn, dass man verliebt ist? Es fängt an, dass man ganz schwitzige Finger bekommt. Und dann wird man irgendwann richtig rot im Gesicht. Quasi so rot wie der. Jan wohnt mit seiner Familie zusammen. Er hat zwei Schwestern. Die ältere ist schon ausgezogen. Von seiner zukünftigen hat Jan klare Vorstellungen. Und A-Farbe? Zwischen Grau, Weiß, Schwarz. Blond? Nein. Seitdem, sie hat schöne blaue Augen. Dann könnte ich mir das nochmal anders überlegen. Was würdest du dir denn gern mal zeigen? Das hast du doch heute Morgen erzählt. Die Aufwahl, die richtig beschützen wollen. Und jetzt kommt's. Der Herr steht immer im Vorbild. Heißt, man macht sogar der Frau die Autotür auf und hebt sie raus. Ach so. Da muss aber hier noch ein bisschen was kommen. Hase, ihr könnt mal fühlen. Da. Ja, aber du brauchst auch Bizeps. Das ist Trizeps, das ist Bizeps. Das ist Trizeps, das hier ist Bizeps. Ist doch egal. Diese Möglichkeiten, die ein Mensch ohne Behinderung hat, die gibt es ja für Menschen mit Behinderung überhaupt nicht. Und die sind so eingeschränkt auf, ja, auf den kleinen Freundeskreis, auf den Ort, wo sie wohnen, auf die Arbeitsstelle und vielleicht ein paar Hobbys. Und im Regelfall war's das. Also wo will man da jemanden kennenlernen? Also das ist schon sehr eingeschränkt. Und wenn da niemand dabei ist, dann bleibt man halt alleine. Und das will Jan auf keinen Fall. Seine ältere Schwester Sina setzt deshalb auf eine Kontaktanzeige bei Facebook. Auf der Suche nach der Liebe, Jan22. Seine Herzensdame sollte nett und charmant sein, für ihn ein offenes Ohr haben und ihr solltet auch mal einen Witz auf der Zummeren liegen. Wir haben jetzt im Moment 144 Leute, die das geteilt haben. Ich drücke beide Daumen und wünsche dir alles Glück der Welt. Ja, und wie findest du denn die Aktion? Geil. Glaubst du, das wird jetzt was? Ja, endlich mal. Ich brauch aber noch Rosen. Oder sollen die dann mal ein Bild schicken und dann entscheiden wir es danach? Nein, ich brauch Rosen. Und dann sollen alle Frauen warten. Und ich verteile die. Ja, das glaube ich nicht, dass du das hinkriegst, dass die alle ja kaum lange stehen. Ja, du musst sie ja erst mal von dir überzeugen. Deshalb will ich gerade mit den Frauen... Dann dürfen die Frauen vielleicht Rosen an dich verteilen, wenn du denen gut gefällst, dann... Nein, der... Man macht es doch immer so, dass der Rosen an Frauen verteilt. Und ohne die Pfefferette verteilt das an die Herren. Ja, gut aufgepasst, Jan. Jans Facebook-Aufruf wird vielfach geteilt. Aber bekommt er auch das erhoffte Date? In Leipzig wartet eine junge Frau ebenfalls auf die Liebe. Ich bin Jana, ich bin 33 Jahre alt. Arbeite als Performerin und Beraterin. Ich bin 90 Zentimeter groß. Und ja, so eine Partnerschaft mal wieder wäre schon schön. Jana hat Glasknochen. Sie ist selbst rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen und berät hier andere Betroffene. Sie hat gleich mehrere Berufe und Qualifikationen. Ich bin eigentlich eher so ein lebhafterer Mensch. Und ich glaube, ich bringe es auch fertig bei der Arbeit vor mich hin zu singen und solche Sachen. Irgendwas ist immer in Aktion bei mir. Jana kann nicht laufen. Sie braucht immer eine Assistentin an ihrer Seite. Mit Aisha verbindet sie mittlerweile eine Freundschaft. Sie weiß, glaube ich, inzwischen ziemlich klar, wo ihre Grenzen sind. Aber ist die ganze Zeit am Weitermachen, am Rumprobieren, am spontan Sachen ausprobieren. Also ich würde sagen, dass sie ein ziemlich grenzenloser Mensch ist. Ich glaube, mir wird durch diese Rolle als Assistentin auch noch mal klarer, was Eigenständigkeit bedeutet. Jana ist ein fröhlicher, herzlicher, crazy Mensch. Jana lässt sich durch ihre Beeinträchtigung in keiner Weise aufhalten. Sie macht immer Pläne und ist viel unterwegs. Was würde für ein Mann zu ihr passen? Na, ich glaube auf jeden Fall so einer, der so mit ihr träumen kann und Herz hat. Jana will nicht länger warten. Sie macht sich jetzt auf die Suche nach dem Richtigen. Ich heiße Markus, ich bin 43 Jahre alt und ich suche die große Liebe. Das fühlt sich gut an, wenn man verliebt ist mit einer Frau. Ich will halt verliebt sein, weil alleine ist nicht schön. Eine Frau ist besser. Ich fühle mich halt, wenn ich keine Frau habe, traurig. Und manchmal weine ich, weil ich alleine mich fühle. Und ich hoffe, dass ich eine Frau wieder finde, wo ich nicht mehr alleine bin. Markus hat eine Lernverzögerung und ist Analphabet. Ich habe gesagt bekommen schon, ich werde dumm, ich könnte nicht alles. Ja, und das finde ich nicht schön, dass man das gesagt bekommt. Ich hoffe, dass die neue Frau Respekt hat, dass ich nicht lesen und schreiben kann. Markus wünscht sich, dass die Liebe möglichst schnell in sein Leben kommt. Bis dahin muss er die Sonnentage im Park allein aushalten. Seit dem Tod seiner Mutter fühlt sich Markus einsam. Sie hat ihn so angenommen, wie er ist. Meine Mutter war die große Liebe halt. Ich habe sie immer im Herzen, meine Mutter, und gucke mir jeden Tag ihr Bild an. Und dann, ich habe ein Lied, wo ich an Weihnachten da ist, von der Helene Fischer. Das ist aber Maria. Das mache ich an und dann weine ich dagegen. Noch zwei Tage. Dann geht Markus auf eine Party für Menschen mit Handicap. Dort will er endlich eine Frau kennenlernen. Fast 300 Mal wurde Jans Kontaktanzeige auf Facebook geteilt. Jetzt ist er sicher, dass er bald ein Date haben wird. Bei seinen Schwestern läuft es schließlich auch gut in Sachen Liebe. Jan hat zwei Geschwister, die beide einen Partner haben und kriegt das halt bei uns alle so mit. Und der Wunsch ist halt schon länger da und kriegt hier das Familienleben mit und sagt dann halt auch, ja, ich hätte auch gern irgendwann eine Frau und ich hätte auch gern jemanden, mit dem ich abends im Bett kuscheln kann. Und so, also das ist ja auch sein gutes Recht, dass er das auch gern möchte. Ja. Perfekt. Es wird mit Sicherheit einen Unterschied geben zu dem, wie das jetzt bei den Schwestern läuft, zu diesen normalen Beziehungen. Das wird bei ihm schon anders sein. Aber, ja, ich lasse mich überraschen, wie es wird. Weil ich glaube, er wird es gut machen. Ich glaube, die Partnerin wird es gut bei ihm haben. Jan braucht nur noch die Gelegenheit, um das zu beweisen. Jana in Leipzig muss die Partnersuche aus eigener Kraft schaffen. Früher waren meine Eltern sehr skeptisch, dass es schwer für mich wird, einen Partner zu finden. Oder dass man sich das selber auch nicht vorstellen könnte, mit einem Partner im Rollstuhl zusammen zu sein. Und du geschnallst in dem Alter nicht, dass das, was deine Eltern sagen, ja nicht für die ganze Welt gelten muss. Jana hat sich bei mehreren Online-Datingportalen angemeldet. An manchen Tagen macht sie sich dort stundenlang auf die Suche. Wenn ich so eine Art Traum beschreiben würde, ein Traum, der sich gut bewegen kann, tanzen, einfach jemand, der so leben will, leben will. So kann ich es immer wieder nur beschreiben. Aber natürlich auch, wenn es einem eigentlich nicht gut geht, miteinander, füreinander, da sein. Oh nein, nee, besser nicht. Mit dem hatte ich schon mal Kontakt. Mit dem hatte ich schon mal Kontakt. Eigentlich gibt es keinen Grund dafür, dass ich keinen Partner war. finden können sollte. Heute ist der Tag. Markus stürzt sich gleich ins Getümmel einer großen Party. Der Anzug war eigentlich mal für seine Hochzeit gedacht. Aber dann ging die Beziehung in die Brüche. An diesem Abend möchte er ihn tragen. Wie fühlst du dich denn? Ich fühle mich da perfekt. Als ich wo ausgehe, finde ich mich da immer perfekt. Jetzt hast du dich ja richtig schick gemacht. Ja. Für einen neuen Start mit einer Frau. Wenn man dich jetzt so sieht im schicken Anzug, was glaubst du, was denkt man dann? Da denkt man, der Mann sucht eine Frau. Gut, aber ich mach mal noch was drauf. Parfüm. Markus glaubt fest daran, dass er heute seine Traumfrau trifft. Er will früh da sein, um niemanden zu verpassen. Die Wiesbadener Partnervermittlung Schatzkiste organisiert die Party für Menschen mit Handicap. Zweimal im Jahr findet sie statt. Alle aus dem Umkreis fiebern lange darauf hin. Denn es gibt nur wenige Gelegenheiten, gemeinsam zu feiern. Hallo. Damit Markus gleich als Single sichtbar ist, bekommt er einen grünen Smiley. Ich möchte die grüne Farbe. Ja, bitteschön. Ab ins Getümmel. Markus will schauen, wer so da ist, um schnell eine Auswahl zu treffen. Auf zum ersten Angriff. Darfst du noch was fragen? Ja. Ich so eine Freundin, sind Sie auch? Wie alt bist du denn? Ich bin 43. Wie alt ist du? Ja, ich weiß nicht. Markus will sich nicht von der ersten Niederlage abschrecken lassen. Nächster Versuch. Ich sehe, du suchst einen Freund. Ja, genau. Ich suche auch jemanden. Das ist aber ein roter Traum. Nee. Oh, grün. Da haben die mir verkehrt gegeben. Ja. Aber ich suche nur jemanden. Weg ist sie. Was tun? Markus hat eine Idee, wie er nicht mehr übersehen werden kann. Wie oft hat er das zu Hause allein schon geübt? Ich weiß nicht, wie er nicht mehr übersehen kann. Ich weiß nicht, wie er nicht mehr übersehen kann. Bei den anderen zeigt sein Lied Wirkung. Markus' Mut wird belohnt. Ein weiblicher Fan, gleich in der ersten Reihe. Danke schön. Danke schön, Markus. Er hat es geschafft. Seine Bühnenshow bringt den erhofften Erfolg. Endet hier seine Einsamkeit? Markus hat es sich so sehr gewünscht. 2-mal in der Woche hat Jan sein Fußballtraining beim Sportclub Herborn-Seelbach. 1, 2, 3. So, Jungs, begrüßt euch alle noch mal. Jan, du gehst mit den beiden her. Jawoll. Für Jan ist die Welt hier in Ordnung. Aber ein großer Wunsch hat sich immer noch nicht erfüllt, obwohl sein Facebook-Aufruf so gut ankam. Kein Date, keine Frau, weit und breit in Sicht. Wenn ich möchte, dass es ihm gut geht, dann muss ich halt was dafür tun. Wir suchen halt für dieses Problem eine Lösung. Und das wird schon irgendwie werden. In Absprache mit der Familie leiten wir Jans Kontaktanzeige über Facebook an eine junge Frau im selben Alter weiter, die uns aufgefallen ist. Tamara. Neben ihrer Arbeit als Lageristin bei einer Bademodenfirma spielte die 23-Jährige eine kleine Rolle in Fuck You Goethe 3 und hatte verschiedene Aufträge als Model. Unter anderem für Victoria Beckham und für die Zeitschrift L. Da bin ich auch drin. Als wir den Aufruf von Jan weitergeleitet haben, was haben Sie da gedacht? Der Jan, der macht einen ganz netten, sympathischen Eindruck. Ist auch die richtige Altersklasse. Ich denke, das wäre vielleicht mal eine Chance für Sie. Ich finde es echt süß. Ja. So, dann schon draus. Guck an. Guck mal. Ja. Und? Ich schön. Also, mir fehlt das eine Freund. Das fehlt dir? Warum? Ich möchte so gerne einen Freund haben. Aber ich weiß nicht mehr was. Tamara und Jan verabreden sich zu einem Date. Jana hatte ein paar Flirts in den letzten Monaten. In einen Mann aus ihrem Bekanntenkreis war sie richtig verliebt. Aber es ist nichts draus geworden. Manchmal ist Janas Sehnsucht nach Nähe sehr groß. Es gibt natürlich so eine Art Körperkontakt, den ich total gewöhnt bin. Dadurch, dass ich gehoben werden muss. Und dann gibt es wieder so einen Körperkontakt, den ich im Grunde genommen erst erlebe seit so Mitte 20. Das Band sich. So dieses sich umarmen und so. Und ich saug das richtig auf. Und so gesehen ist das Tanzen natürlich, da kriegt man ganz viel so Nähe und Körperkontakt. All das, was manchmal im Alltag fehlt. Mit ihrem Tanzkollektiv kann Jana sich richtig fallen lassen. Anion dynamic her! Anion dynamic her! Anion dialogueNA Trä significance Das Tanzen hat auch viel Potenzial zu emotionalen Verwirrungen zu führen, definitiv. Aber man sieht das ja, ich kusche irgendwie immer. Deshalb mag ich glaube ich auch große Männer. Die können mich nämlich einmal so komplett umkuscheln. Das ist so schön, das ist richtig gut, das lieb ich total. Na ja, ich glaube es geht doch irgendwie darum, mit Menschen und auch mit einem Menschen vielleicht zu sein, bei dem man einfach halt wirklich so sein kann, wie man ist. Das ist eigentlich Liebe. Jetzt habe ich endlich meine Definition für Liebe gefunden. Man kann gegenseitig einfach beieinander sein, wie man ist. Jana verspricht uns in Liebesangelegenheiten auf dem Laufenden zu halten. Ein paar Wochen sind vergangen und Markus hat ein Date, aber nicht mit seiner Partybekanntschaft. Die beiden haben doch nicht zueinander gefunden. Heute bekommt Markus eine neue Chance. Heute gehe ich auf einen schönen Date mit einer neuen Frau. Bist du aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregt, ja. Da bin ich mal gespannt, was das wird heute. Die Partnervermittlung für Menschen mit Behinderungen, Schatzkiste, hat Markus das Date vermittelt. Das erste Kennenlernen findet immer in ihren Räumen statt. Ob die Frau Markus' Vorstellungen entspricht, wird sich erst hier im Gespräch zeigen. Hoffentlich passt es diesmal. Jan, ich finde, du triffst echt eine schöne Frau. Ja. Die ist ja auch sehr schön. In zwei Tagen wird Jan Tamara treffen. Er zeigt dem Betreuer Sascha die schönsten Fotos von ihrer Facebook-Seite. Er hat schöne Sommersprossen, ne? Ja. Das finde ich ganz toll. Das ist ja auch echt was Besonderes. Die Frau ist einfach nur umwerfend. Vor allem hier sieht die wunderbar aus. Du kannst sehr charmant sein, Jan, aber du musst dich ja auch ein bisschen anstrengen, um die zu überzeugen, gell? Nimm mir selber die Foccolade, ey. Ja. Du willst sie mit Foccolade bestechen? Und hole Hosen. Okay. Gut. Es schadet nicht, vor dem Date nochmal einen Männerabend zu machen. Ja. Oh, Georg. Ja. Von mir, ey, doch. Ja. Geh, bravo. Ja. Oh. Super. Ja. Jan, endlich den hat er gemacht. Willst du irgendwas wissen? Ich habe schon ganz viele schlechte Dates gehabt, Jan. Oh Gott. Oh ja. Willst du wissen, wie man es nicht macht? Sag's. Du musst der Frau auf jeden Fall zuhören, Jan. Wenn du nicht hinhörst und nur von dir erzählst, dann wird es langweilig für die Frau. Ich möchte ja auch, dass du dich für die interessierst. Mhm. Jan, ich spiele jetzt nochmal die Frau. Ja. Ich mache dir mal ein Kompliment. Wie würdest du denn darauf reagieren, wenn ich zum Beispiel sage, Jan, du hast ja breite Oberarme. Du bist voll mein Typ. Da würde ich jetzt mal sagen, jawoll. So ein Typ wie ich kann dich mal locker in den Arm nehmen und dich besitzen. Boah. Das würde der Frau, glaube ich, gefallen. Aber würdest du denn dann auch ein Kompliment zurückgeben? Aase, du siehst wunderschön aus. Das wollte ich schon immer mal von dir hören, Jan. Du siehst so wunderschön aus, dass ich dich umweltlich küssen könnte. Gut, das üben wir aber nicht, wir zwei. Schöne. 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 Ob Jan die Ratschläge beherzigen wird? Nach einigen Monaten treffen wir Jana wieder. In Begleitung ihrer Mutter. Sie haben ein sehr gutes Verhältnis. Vom Online-Dating ist Jana enttäuscht und hat sich abgemeldet. Die Hoffnung will sie aber nicht aufgeben. Trotz aller Widerstände. Der Satz, verlieb dich nicht gleich wieder, den habe ich oft gehört. Ja, ja, das hat ja auch Sinn, weil so eine Zeit lang, da brauchte nur einer ein nettes Wort zu dir zu sagen oder irgendwas vorzufinden, dann war sie direkt total verliebt und dann kam nichts und dann war sie hinterher umso enttäuschter und das dann auch immer wieder. Also dieses Satz, verlieb dich nicht gleich wieder, immer wieder, war schon prägend, sagen wir mal so. Und hat das dann, hat ein großes, sagen wir mal... Das hat dich aber nicht beeinflusst, es hat dich nicht davon abgehalten, dich doch immer wieder zu... Ne, es hat das eher bestärkt. Achso. Ohne verlieben fände ich es ziemlich langweilig, glaube ich. Jana hat den Job als Beraterin mittlerweile aufgegeben. Sie spielt lieber Theater, ist viel unterwegs und trifft immer wieder auf neue Leute. Auf der Bühne zeigt sich Jana so, wie sie ist. Offen, frei und verletzlich. Ich bin dein Freund. Du kannst alles, was du möchtest mit mir. Du kannst mich lieben oder nicht lieben. Du kannst mich lieben oder verlassen oder lassen mich zu sein. Kein Problem. Du hast mich. Ich kann mich spinnen. Ich kann mich fühlen. 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 Untertitelung. BR 2018 Markus wird gleich Lilia treffen. Auch sie möchte nicht mehr allein sein. In der Schatzkiste will ihm Jacqueline André über die ersten Hürden im Gespräch hinweg helfen. Ein bisschen aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregt. Schon, gell? Ja. Also ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass irgendwie der Funken überspringt. Wie geht's Ihnen? Gut. Ja, komm her. Das ist der Markus. Wie geht's? Und das ist die Lilia. Dann sag ich jetzt erst mal bis gleich. Bis gleich. Na? Wie geht's dir sonst? Mir geht's gut. Was machst du sonst? Viel draußen sein, spazieren gehen. Arbeitst du's? Nee, noch nicht. Ich arbeite in der Werkstatt, aber ich sehe jetzt Wirtschaft, Praktikum, Kinderbetreuung. Ich gucke Fußball gerne. Ich gehe in Stärkung gerne. Und gehe Stadtbundel machen. Geschenke kaufen. Ja, und ich habe Ihnen auch eine Kleinigkeit mitgebracht. Oha, vielen, vielen Dank. Nächstes Mal bekommst du dann durch. Alles gut. Alles gut. Markus fasst sich ein Herz und spricht einen wunden Punkt an. Du hast noch Ältestein? Ja. Hast du noch? Hast du auch Familie und so? Ja, nur noch Vater. Meine Mutter lebt nicht mehr. Ah, okay. Die ist 2015 leider verstorben. Das fände man halt schwer, wenn jemanden anspricht. Wegen Familie. Und das verkrafte ich halt noch nicht. Aber das dauert halt bei mir. So, wenn meine Mutter geliebt hat und so, ja. Ganz wunderbar, meine Kinder. Wie alt bist du? Wie alt bist du, darf ich mal fragen? Könntest du dir eigentlich ein nächstes Date mal vorstellen? Du? Du? Ich bin auch sehr, sehr zufrieden, dass ich dich kennengelernt habe. Ich bin sehr, sehr glücklich und so. Und ich mich bedanke, wegen dir zu kennenlernen. Und ich bin sehr glücklich und so. Und ich bin sehr glücklich und so. Und ich bin sehr zufrieden. Und ja. Ist das auch ein Mann, in den du dich verlieben würdest? Ja. Jetzt kannst du drücken. Nochmal. Noch am selben Tag haben Lilia und Markus ein nächstes Treffen ausgemacht. Hey, komm mal her. Komm her, ihr zwei Füßen. Alle haben sich extra freigenommen, um Jan bis hierhin zu begleiten. Er wird endlich Tamara treffen. Alles klar. Denk dran, was wir gesagt haben. Yes. Okay. Ciao, viel Spaß. Viel Spaß, machs gut. Schon so ein bisschen wie bei einer Hochzeit, ein Portigang. Nein. Mit Blumen, mit Leid. Hau rein ins Kaffeehaus. Beim Reden. Jan geht die Ratschläge noch mal durch. Jetzt nur keinen Fehler machen. Habe ich nicht nur redet, sondern ... Jetzt pass auf. Jetzt gehst du schon ab. Hallo, Jan. Ich bin der Jan. Und du bist die Samara? Ja. Gut. Die sind natürlich für dich. Dankeschön. Immer doch. Die kannst du dir in dein Zimmer stellen. Danke. Ich bin ja 23 Jahre alt. Ja. Und wie alt bist du? Ich bin auch 23. Das ist schön. Ja. Was machst du so? Ich arbeite Badehosen und Badelatschen herstellen. Und ich in der Lebenshilfe, in der Gernerei. Was musst du in der Arbeit machen? Wir schneiden viel Hecken. Wir mähen. Wir sensen viel. Wow. Echt cool. Ja. Deshalb habe ich ja auch hier schon ... Und ich Kraft. Wow. Ja. Das ist gut. Ja. Was machst du so deine Hobbys? Fußball spielen im Verein. Dann trete ich mich noch gerne mit sehr vielen Freunden. Was hast du so für Hobbys? Also, ich spiele gerne Klarinette. Und ich spiele gerne. Und meine Freundinnen und Freunde treffen. Quasi so wie ich. Genau. Perfekt. Gut. Tust du auch Fingernägel lackieren? Nee. Nicht? Überhaupt nicht. Es war nur eine Frage. Du bist echt lustig. Ja. Du auch. Dankeschön. Und das würde mir sehr viel Spaß machen, dich kennenzulernen. Ich möchte dich auch kennenzulernen. Und ... Hallo. Hallo. Grüß Gott. Was möchtest du den Trick? Also, ich nehme einen schönen schwarzen Kaffee. Und ich möchte gerne auch einen Kaffee mit Milchzucker. Gerne. Dankeschön. Noch eine Frage. Fährst du auch gerne schlecht zu? Ja. Außer, dass ich mich da immer schön auf die Fresse lege. Also, ich bin auch schon ein paar Mal gefallen. Mhm. Aber auf Fresse sag ich sowas nicht. Ja. So. Der kleine Kaffee. Ja. Bitte schön. Danke. Und der Milchkaffee. Okay. Schönen Aufenthalt. Ja. Dein Prost. Eis und Wohle. Guck mal. Einen Keks? Ja. Magst du gerne Schokolade? Ja. Und Chips? Ja, Chips und Gummibärchen und Käse. Da ich noch was krank. Hast du ein Haustier? Wir hatten mal eins. Das mussten wir einschläfern. Oh nein. Ein Haustier. Oh. Ich hatte auch früher eine Katze. Er ist auch tot. Das ist nicht so schön. Nein. Ich hatte noch Ur-Ur-Urgroßeltern. Oha. Aber wir leben auch nicht mehr. Oha. Oha. Aber da wieder hab ich kennengelernt. Okay. Sei froh. Ja. Ja. Die Oma. Die ist aufm Hof gefallen. Oh. Okay. Hat sich erst im ersten Arm gebrochen. Oh nein. Das ist nicht so schön. Dann ist sie in dem Zimmer gefallen. Oberfingel-Halsbruch. Dann ist sie am Multiorganversagen los. Oh. Nicht so schön. Ähm. Die Oma. Thea. Ähm. Können wir auch was anderes reden? Klar. Was hast du noch Ideen? Was kann er jetzt nur sagen? Ende 2019 ist Jana mal wieder in Köln auf der Durchreise. Sie leitet gerade einen Tanz-Workshop für Kinder. Stillstand ist nichts für Jana. Immer wieder lässt sie sich auf Neues ein. Nur die eine Veränderung in ihrem Leben gibt es immer noch nicht. Bist du enttäuscht, dass noch nicht der richtige Partner gefunden wurde? Traurig, ja. Schon. Schon. Es ist halt irgendwie ... Also es ist schon ein großer Wunsch. Und manchmal wäre man halt auch ganz gerne mal nicht alleine. Und würde einfach gerne mal irgendwie in den Arm genommen werden. Und sagen, so und jetzt ist Pause und jetzt machen wir mal Ruhe hier. Und genießen das Leben zu zweit. Oder eben, ja. Die Sachen fehlen halt. Aufgeben gibt's nicht. Jana hat sich jetzt doch wieder bei verschiedenen Dating-Plattformen angemeldet. Ich möchte gern Autofahren. Aber ich kann ja keinen Viererschein machen. Ich kann's nicht. Genauso wie bei mir. Echt? Ja. Aber ich hoffe, irgendwann, wenn's das Autonome-Fahren gibt, werden wir in einem Japan-Auto fahren. In Japan? Ja. Ich liebe halt Japan. Ich mach überall. Ich mach überall. Egal wo das Österreich ist. Oder in London ist. Oder USA. Ja. Ich sag, alles außer USA. Warum? Da ist der Herr Trump. Den kann ich überhaupt nicht aufstehen. Oh. Ich möchte gern USA gehen, da es Heidi Klum ist. Und möchte gern Topmodellerin werden. Oh. Das ist, das ist natürlich. Das gibt auch Männer. Ja. Das hat einen politischen Grund, warum ich den Trump nicht gerade aufstehen kann. Musst du auch nicht sehen? Ja, also, ich könnte mir vorstellen, wenn das funktioniert und deine Eltern das wollen, dass ich mit dir zusammen sein kann. Und vielleicht auch, dass mir... Ich will dir jetzt am Moment noch nicht ins Haus fallen. Mama, das können wir irgendwann vielleicht auch eventuell heiraten. Okay. Also, ich sag das auch so. Und heiraten, das find ich echt so süß von dir. Aber erst mal richtig kennenlernen. Genau. Jetzt habt ihr ja schon ziemlich konkret darüber geredet, wie so eine Beziehung sein könnte. Ja, es war... Ein paar hab ich ihm noch Ideen im Kopf. Und ein paar Sachen hab ich nicht im Kopf. Deswegen hat er noch eine Idee und dann... Hat sich ganz gut ergänzt, ja? Ja. Wie ist sie so? Sehr lustig und intelligent auch. Also, wir brauchen maximal vielleicht so... So sechs Dates. Und dann... Angeln wir uns mit Verstand hoch. Und dann irgendwann eventuell heiraten. Bereit? Feuer! Jan und Tamara leben 300 km voneinander entfernt. Aber heute spielt das keine Rolle. Alle gemeinsam beschließen, dass sich die zwei bald wiedersehen. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020